wir haben wieder 17 mana das ist gut das ist sehr gut das heißt wir können wollen wir noch mal steine hinzaubern oder haben wir genug steine moment wir haben 36 steine im moment das ist denke ich fein ich denke wir warten jetzt erstmal kurz bevor was zaubern jetzt kam zweimal der römer ich weiß es ja alle nichts mehr findet und dass du auch nichts mehr findest bei und dass ihr jetzt immer noch liegt ja noch gold ja hier liegt noch gold als nicht noch alles rum holt es euch und dann bauen wir jetzt schon mal ganz langsam teil 2 des nächsten objekt satze du hast immer noch keine axt es ist okay salam ja jetzt mal alle hier irgendwie zur seite er nervt und einfach nur so haben wir hier raus 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 heilen nicht vergessen wieder reinzusetzen danach ganz wichtig so du musst kohle finden mein jung kohle 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 die schmelzen hier der macht eine sense ist eventuell ein bisschen übertrieben denke ich oder nie wir können auf alle fälle wie viele steine haben wir noch 24 farm bauen und dann müssen wir jetzt mal gucken wie viel wir haben 70 nevermind wir brauchen keine farmen wir brauchen wasserwerke wasserwerke und wir brauchen dinger die das weiterverarbeiten zack 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 ein tempel noch ok wir werden ja für mehr machen steine steine die key to go solange ich hier meinen dings nie funktioniert brauchen wir hier steine 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 über steine so ihr macht und dann machen wir noch eine aufwertung der soldaten würde ich sagen so den hier wieder voll besitzen bitte du findest hier kohle na kohle ist cool kohle ist liebe man so ich würde zweimal angegriffen zweimal konnten wir uns erwehren es war zwar eng aber es hat geklappt so ich glaube das sind immer zehn die man aufwertet ne es steht nicht daran wie viele aber ich denke das sind immer so zehn die man aufwertet so an sich müssen wir hier auch jetzt gar keine hohohohohoho der wie kinder das erste mal du bist du den kumpels mit runne Also, dann wird hier der Tee geswitcht von Kamille von Kalder auf warmsalbei-Tee. Sehr geil. Hmhm. Steinmangel. Was bauen wir hier noch? Ach, jetzt bauen wir das alles. Sehr cool. Und wir haben wirklich ein akutes Wasserwerk-Problem. Wir bauen jetzt hier einfach alles mit Wasserwerken zu. Kann doch nie sein. Okay, aber diesmal kommt er auf alle Fälle schon mal anders als vorher. Sehr gutes Argument. Er kommt diesmal anders als vorher. Kommt jetzt hier von oben angepimmelt. Aber auch mehr mache es. Okay vent decent auf der Chim Syndrome. Du bist aus euch. Du bist aus vieler YurGood. Du bist aus, genau. ok ist dann zerlegt mir hier seinen angriff noch komplett bitte sei voll mit kampf alle bist du voll an der warte mal wartet man wird man nicht wettkämpfe obwohl jemand ich würde müssen doch vorgehen oder nehmen müssen sie nie zurückkommt wir opfern den trommager würde ich so das habe ich verloren die mine habe ich verloren passiert nichts okay wenn ich das verliere verliere ich die mine aber das ist jetzt nicht so trage ich so okay wartet mal alle weg alle weg alle weg alle weg alle weg alle weg ihr sollt weg man hört auf den krank zu haben hier zu sterben voll besetzen minimal beide zurückgeschlagen ich habe halt nur die dings mine verloren fatal oder nie fatal ist die frage holz wirklich wirklich holz leute ich jetzt wirklich holz gebraucht habe ich nie ich brauche jetzt wirklich holz gebraucht ich brauche kohle ich brauche kohle kohle kommt kommt er wieder ne abkehr geht noch sehr cool er geht noch das waren jetzt vier angriffe die ich abgewirrt habe insgesamt ist das hier vollen nähe das ist fast lernen ja jetzt kommen wir die 1 ok jetzt kommt es eventuell drauf an weil sie wieder einzelne angeeiert kommt einzelner eierkorb oder ja hier kommt ein einzelner eierkorb angewandt siedler sind am start ich brauche wieder eine stein mine hr mentschel hr mentschel hr mentschel hr mentschel jetzt noch in der angel herzaubern er bekommt auch null kohle weiß null kohle die ganze zeit die mine fördert jetzt halt ein bisschen kohle die min haben auch kohle aber irgendwie seiten ist will halt einfach nie anfangen mit funktionieren ach so genau sollte ich einmal aufwerten dann wird noch mal steine hin zaubern wir haben ein holzfäller danke er hat es doch irgendwann noch mal hinbekommen so hier oben auch unbedingt noch mal suchen sinnvoll hin oder her ich bin verzweifelt noch eine mine habe ich gold ich habe kein gold leute das ist nicht so schlimm wir stellen trotzdem soldaten her ach ihr steht noch hier und ihr normale bürger bitte einmal die machen die sind voll damit holz ist gelagert ohne ende die beiden funktionieren das heißt hier oben wird jetzt auch kein fleisch mehr eingelagert und jetzt kommen sie schon wieder kommen sie zu zweit oder alleine bitte alleine bitte alleine bitte alleine bitte kommt alleine man habt gnade sieht aus als würden sie alleine kommen oder so dann noch mal hier kommt zusammen gut ist ganz schwache hier gehen wir zu den starken mein jungen gehen wir zu den starken neben kampf kraft werde t3 soldaten und zerstört sie macht mich stolz bitte doch den angriff überleben wir ich nehme auch nur bogenschützen mit vor genau hier kommt noch ein torm hin perfekt so 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 klar steine für euch löser ok ok wir haben sie wert wir haben fast die plamage der ersten runde ausgeglichen außer sie kommen jetzt natürlich nochmal mit hier keine ahnung zehn milliarden und überrenn mich komplett maßlos das wäre natürlich traurig aber erst mal ein schlückchen sie gerade gut aus es sieht gerade wirklich aus als hätte man eventuell eine chance dementsprechend bauen wir jetzt auch noch mal ein paar ziehobjekte die hoffnung stirbt zuletzt den faggel menschen leute der faggel mensch er wird uns den weg mit seiner faggel weisen ich wollte ja gerade getreide fahren stimmt stimmt ja da war ja was so ok wieder soldaten aufwerten gehen hier eventuell dann kleiner mal ein paar steine zaubern habe ich ich denke diese soldaten aufwerten ist einfach so effizient also ich hoffe es ist effizient ach so hier oben genau kohle minen bauen kohle 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 und gold er hat sogar jetzt auch dinge davor bekommen sehr sehr schön da habe ich wohl etwas übersehen wie zum beispiel dass wir immer noch genug zurück haben dass die tempel alle im dauerschleife arbeiten das heißt wir können bauen 1 2 3 4 genau genau so und nie anders habe ich schon gespeichert speichern dass die musik natürlich mal wieder aus es ist wundervoll muss man ganz kurz mal gucken das von 1 geht es wieder das ganz komisch wenn man raus tappt und wieder reingeht ist die musik wieder da danach ist musik wieder weg dann ist musik mal wieder da da ist sie wieder weg du danke für deine krasse arbeit du darfst aber auch gehen hier ist kohle leute wir haben kohle ohne ende was ist hier los baut das haus fertig ich wäre ja verrückt mach hier die bäume alle weg wir haben uns gegen den römer bis jetzt gut erwehrt das heißt der wikina kommt als nächstes mit übel viel höchstwahrscheinlich ob sie wir müssen hier noch nachher kommt dann alle raus so du 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 rein ihr zwei heilen du musst teilen gibt es hier noch starke schwertkämpfer die bock haben an der frontlinie zu sterben wir haben wieder 60 mana steckt der mana ist die mana industrie ist wirklich nicht dumm gewesen wirklich nicht um ich denke das war mega clever so viel mana zu bauen und ich denke mal wenn das jetzt fertig wird dann sind wir auf so entstand wenn das ja alles läuft dann sind wir auf so entstand ja es könnte funktionieren eventuell natürlich war das mega dumm hatte ich keine so dann nimmt dies schön dann hier noch mal ein paar steine schön das waren sieben stück geil geil läuft wieder ich freue mich gerade voll dass das gerade so gut funktioniert hat alles ich glaube ich fühle mich zu früh ich müsste langsam mal die hunderte aber die machen ja hier ne der macht die machen die machen alle die sind alle geil ist wieder was fertig das heißt wird wieder geblockt dann hier vorne wieder geblockt das zugebaut dann kannst du wenn du das hast dann hier von mir aus weg machen tempel hier die arbeiten alle durch wirken so schön ihr langeweiler die rohstoffe schenk ich euch was brauchen wir haben keine freien siedler wollte mir sagen was skandalös baut man noch zwei hämmer wir können hier noch ein bisschen waffenindustrie bauen war es sieht doch im moment ganz cool aus du darfst wieder arbeiten das heißt du darfst du musst wieder arbeiten wo wenn das hier fertig wird dann bauen wir dann den rest noch ab hier fehlt gerade gold und gold mangels an gold gold mangels an gold und wir haben immer noch ein brot problem aber wir haben auch gold und dann auch kein problem den turm voll besetzen dann und dann hier noch ein ton hin der wikina kommt zirk wenn das jetzt immer bei diesen kleinen armeen bleibt ich glaube ich weiß warum ich verloren habe war ich zu langsam war ich habe irgendwo ein extrem fehler gehabt in meiner wirtschaft wenn jetzt immer nur mit solchen häppchen hier kommt obwohl sie produzieren sie beide übel viel ich höre gerade irgendwie auf ist gerade eher nicht so schlau wird das fertig näher führt überall stein krass 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 hier läuelf meine schütze läuft es über geben ich überlebe es er sofort weg mit euch hier meine bogenschützen hier an die front und schwertkämpfe zurück sehr cool die haben wir niedergeschlagen und wir können wieder mal aufwerten wir sind ja ein priester hier so hier wird weiter produziert schön t2 alles mögliche du bleibst hier hier können steine rein meine hasis nur dass er bescheid ist wenn er irgendwann mal soweit zeit hier ist gold drin immer noch nie hier geht es null voran du kannst hier noch mal graben hole ist nach wie vor der erzfeind fielts jetzt waren aber gar das hätte ich jetzt natürlich eher weniger erwartet dass das daran fehlen wird irgendwann ich brauche mehr von euch man ich brauche einfach mehr ja aber das ist schön dass die alle verbraucht werden hier das heißt ich kümmere und soll halt ich kümmere hallo hallo stopp das haus wird gebaut den tun lassen wir den tun ja den tun lassen erst mal wir bauen jetzt hier unten nochmal ein paar hin zack hat vor deiner tür hat vor deiner tür hat vor deiner tür und du hast ebenfalls vor deiner tür da kommt der römer ok passt man aber gerade alle alles gut kein problem der kommt wieder von hier oben angetingelt der typ schwertkämpfer nach hinten bogenschützen schon mal hier an die front der hat nichts da kann ich schon mit bogenschützen befinden das alles cool also ja 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 sehr schön das wird aufgebrauch wir geht es auch nicht voran sehr gut du musst du hast gelitten heilen dann machen wir mal wieder haben wir lange nicht mehr gemacht zack stein stein ist schön wenn wir stein bekommen als die musik wieder weg jetzt muss probieren zack zack ja da ist es wieder warum das immer verschwindet der sound rätselhaft ist es mir rätselhaft 110 kampfstärke wir leben noch der römer wird wieder abgeschwächt jeder kann zack jetzt kann der wg noch hoffentlich bald wieder wir sind bei 100 soldaten wir können ja nochmal speichern über dunkle für 6 kümmer speichern weil ich denke jetzt sieht es gut aus dass hier oben habe ich nicht sehr zu wenig gemacht ich trottel mal gleich zwei sensen jetzt mal hier nämlich noch einen hin zack das lager wird gefüllt die haben zu tun die backen hier alle oder wir das heißt wir bauen bäcker nummer 5 äh 4 ist natürlich die laufwege sind ja immens ah das ist keine ahnung keine ahnung es muss einfach es muss einfach so sein schwierig speichern attack blablibblub du hast keine sens ich habe es gemerkt danke Arschbezacken habe ich noch ja vier stück mensch die ganzen mien haben alle kein brot man er ist phänomenal dumm aber was will ich tun nur das funktioniert du kannst mal hier hoch gehen aber wenn man die jetzt noch nach t3 sortieren könnte die soldaten das wäre richtig richtig cool also nach t2 t3 und halt ihr lappchen t1 das wäre schön wie schaut es denn hier aus ja hier fehlt überall ne hier fehlt es nur ein bisschen da ein bisschen da ein bisschen da ok dann bauen wir hier noch eine hin zack und da so die 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 da